Das ist ganz super souverän. Nein. So, und dann die andere Seite. Wir müssen nur die beiden Eckseiten. Aber die beiden Eckseiten, ne? Nein! Du hast mich doch nicht getroffen. Du, Alter. Gut. Da wollten wir jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Alter, mach doch endlich! Was? Ja, Kinder, und ihr so. Oh, mir geht das ja selbst schon auf den Senkel, ey. Lauf doch! Alter, bist du... So, jetzt ist frei. Jetzt renn hin. Nimm und zieh. So, jetzt hast du dich erschreckt, ne? So, ist gut. Aber jetzt mal ein bisschen mehr Konzentration. So, die linke Hand geht zum rechten. Die rechte Hand geht momentan nirgendwo hin. Die rechte Hand geht zur linken. Linke Hand rechts. Nein. Jetzt sind beide wieder frei. Nein, komm schon. Alter! Boah! Liebe Leute, es gibt, falls es euch nervt, ich kann es leider nicht. Ich muss da jetzt leider durch. Okay, wir schaffen das. Einen Schluck Kaffee zur Konzentration. So, jetzt machst du frei. So, und... Ach so. Jetzt hast du dich erschreckt. Na komm. Okay. Oh, hoppala. Nicht so gierig. Weg mit den kleinen Patsche-Händchen. So, und jetzt aber. Alter, das gibt es doch nicht. Ich schäme mich ja schon ein bisschen dafür, muss ich gestehen. Doch, ein bisschen ist schon... Alter! Komm hoch. Und jetzt bist du frei. Okay. So, was macht er jetzt? Du bist da. Nein, 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 nein. Ey, der hat mich nicht berührt. Der hat mich nicht berührt. Die Folge hat gerade angefangen, liebe Leute. Haltet euch zurück. Mit Flames. Greift so natürlich Chips. Cola. Vielleicht ein paar Baldrian. Alter. Ich glaube, ich glaube, ich brauche gleich auch bald Rian. Wie unbegabt kann man sein? Ehrlich jetzt. Bei mir ist es halt die Extended Version. Bei mir dauert es immer ein bisschen länger. Alter, willst du mich trollen? Ich reg mich nicht auf. Boah, es tut mir wirklich leid, liebe Leute. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Glaubt mir, ich möchte, glaube ich, am meisten hier raus. Oh, das Spiel ist schnell durch. Ein paar Stunden hast du es. Finger weg jetzt. Mann. So. Nein. Gehst du noch oben? Jetzt theoretisch. Okay. So. Jetzt gehst du da hin. Jetzt geht wieder der rechte da hin, richtig? Nein, nicht. Ich kriege das nicht. Momentan, muss ich gestehen, bin ich auch ein bisschen leicht genervt. Ich weiß, das merkt man mir wahrscheinlich kaum an. Hä, das verstehe ich nicht. Was hat denn die Hand jetzt da gemacht? Okay, Konzentration. Jetzt ist langsam wirklich vorbei. Ich bin wirklich arg angenervt. Das Spiel regt mich momentan ein bisschen auf. Aber nur ein bisschen. So. Weil die Steuerung auch... Bleib oben! Jetzt hätte ich zum Beispiel da locker lang gehen können. Jetzt kommt die rechte Hand. Jetzt geht die linke da hin. Ja, endlich! Alter! Ich kotze! Sorry, aber boah. Ich muss sagen, es ist lange her, dass ich bei einem Spiel so... ...so sehr gehasst habe. Ja, ich bin mein Little Nightmare. Das ist gut. Schnauze, ey. Das war ja auch ein Wässerchen. Boah, es tut mir so leid, ey. Ich entschuldige mich für meinen... ...ja, für meinen nicht vorhandenen Skill. Dafür, dass ich so untalentiert bin. Ich bin ruhig. Oh. Ist das jetzt sowas wie eine Art neues Kapitel oder was? Hier wird mal null aufgeklärt. Null. Und ich sollte mich mal bewegen, ne? Wie ich immer warte... ...dass unsere kleine im Regenmantel... ...gekleidete Heldin sich selbst bewegt. Hoch, hoch, hoch. Rauf, 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 rauf. So. Wir wollen hoch hinaus. Dafür müssen wir was tun, ne? Wow. Kriege ich einen auf den Kopf, wenn ich da jetzt... Ne. Ui. Hui. Ähm. Das wollte ich eigentlich nicht, aber... ...cooler Transportmittel. Cooles Transportmittel. Oha. Oha. Das ist sogar geplant. Ein Schuh. Was ist das denn da hinten? Ih. Jabba? Jabba der Hute? Au, 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 au. Aber warum? Was für Säcke sind das hier? Oh, jetzt kriege ich Hunger. Ich kriege schon wieder Hunger. Ja, immer wenn der kleine Hunger kommt, werden wir zu lieber. Kann ich mal bitte das Licht anmachen? Was ist denn los hier? Verdammt. So, ich hätte gerne Ratten. Oh ja, Ratten. Komm her. Ach, ne Rattenfalle. Oder ne Mau... Was soll das? Ne Mausefalle. Ob wir es wagen sollten? Ach, die ist doch nicht mal aktiviert. Ist ja nicht mal was drin. Okay, rennen können wir nicht. Wenn wir Hunger haben. Aber ich darf doch wohl bitte ein bisschen Licht anmachen, oder? Alter, ist gut. Mach Licht an. Ja. Lauf weit. Achso, Licht können wir jetzt auch nicht mehr anmachen. Oha. Alter, wir essen doch jetzt nicht einfach eine gefangene Ratte, die noch nicht mal tot ist, oder? Alter. Ernsthaft? Oh mein Gott. Alter. Wir können doch nicht ein einfaches kleines Mädchen sein. Nie im Leben. Ein einfaches kleines neunjähriges Mädchen, das Ratten ist? Bling. Ich bin kein einfaches neunjähriges Mädchen. Ich bin die Schwester von Alma. Ich heiße, keine Ahnung, Belma, weiß ich nicht. Äh. Weee. Hier sind ziemlich viele Deckungsmöglichkeiten. Na gut. Das hier. Ah, guck mal. Äh. Mädchen. Äh. Komm schon. Du bist stark. Du schaffst das. Nicht. Ähm. Hallo? Ja, schade. Hä? Hä? Okay, ich, äh, hinterfrage nicht. Ich akzeptiere einfach. Ich denke mal, das ist das Einfachste. Und ja, ich weiß, ich sollte öfter Licht anmachen und gucken und... Nee. Aber nach der einen oder anderen Szene hier, bin ich ganz ehrlich... Oh nein. Das wird nicht gut ausgehen für uns. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ist das euer Ernst? Oh oh. Ich wette, ich muss mit dem Wagen mit. Richtig? Ah, guck mal hier. Und rein. Alter, ich gebe so viel Leckeressen. Das Ding nach Jabba. Warum isst du jetzt nicht ganz ernsthaft jetzt, ne? Warum packt sich jetzt keine Möhre ein oder so? Ich glaube nicht, dass ich da hin möchte. Will ich wissen, was da ist? Jabba. Wie es aussieht, kann er uns sehen und hören. Kann man hier unten drunter durch? Tatsache. Oha. Lecker Essen. Du bist ein sehr hübsches Kind gewesen. Ah, Kumpel. Kumpelino. Kumpel, 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 Kumpel. Kumpel, wo seid ihr? Komm her, ich will dich umarmen. Nein, nicht. Kumpel. Wo zur Hölle ist Kumpel? Hallo. Oh, oh. Ich fürchte. Tja. Oh, oh. Hilfe. Kann ich hier hochklettern? Ja, ich kann hier hochklettern. Okay, Jabba, der Hutte hat uns gefunden, gefangen und höchstwahrscheinlich als kleinen Snack sich gegönnt. Gönn dir, Jabba. Kann man hier echt nicht hoch? Gut, okay. Wir brauchen einen Schlüssel. Der ist schnell. Der ist verdammt schnell. Oh, oh. Oh, je. Oh, je. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, man kann jetzt. Okay. Oh, was macht der jetzt eigentlich mit uns? Oha, Alter. Der packt uns in den Ofen. Eiskalt. Also, eiskalt, weil wir halt schon noch kalt sind. Okay, also Sneaky spielen. Okay, dann spielen wir Sneaky. Alter, ruhig, ganz ruhig. Kann ich auch hier drunter gehen? Tatsache. Alter, was bist du hässlich? Aber ich war Sneaky. Alter. Wow. Schade. Ich hätte gern gesehen. Aber es wäre dann zu splatterhaft. Gut, wir müssen jetzt komplett wieder durchgehend Sneaky spielen. Irgendeinen Kack-Schlüssel finden. Ist ja ganz so mein Spielstil. Okay. So. Okay.